und damit ein ganz herzliches willkommen zu einer weiteren folge simcity 4 deluxe ja wir haben hier letztes mal die dieses wohngebiet hier oben angelegt aber jetzt ist die frage zwar nachfrage ohne ende aber wir haben industrie h mit zwei industrie h mit zwei ok ihr mögt überall das heißt mit mit zwei das heißt es wäre mittleres ich es ich es So, fangen wir hier nochmal hoch. Würge mal, was sie vielleicht denken, ist sie, dass ein Streik des Landowners in den Verständnischen Schuhen ein Witz sei. Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Anzahl Ärzte, Anzahl der Patienten. Ja, aber wie... Wie kann ich das jetzt zum Beispiel machen? Irgendwie ging das, ich muss mir das... Ich muss mir das nochmal durchlesen, aber ich glaube, wenn ich da draufklicke, dann kriege ich da solche Infos. Muss ich mir nochmal durchlesen. So, mittleres. Ich hoffe, ihr wollt immer noch... So. Anzahl der Schüler, Schülerkapazität. Dann setzen wir die mal hoch. Ich kann die einzeln hochsetzen. Ich wusste, das geht doch. Ich wusste, das geht. Mensch. Erhöhung der Gelder. Ja. Ach, ja, das ist der Moment. Was war das? Routenabfrage. Null. Okay, auf der Autobahn fährt noch niemand. 137. Was ist mit hier? 24. Okay, warum fahren hier so wenige? 88, 88, 130. Ihr nehmt echt den kürzesten Weg. Frachtlaster, okay, wo fahren die denn raus? Okay, die Frachtlaster fahren alle hier raus. Ich wusste, das geht. Mein Gott, ey. Anzahl der Patienten, Patientenkapazität. Erhöhen wir das ein bisschen. Was ist mit hier? Anzahl der Streifen, monatliche Unterhaltskosten, Anzahl der Zellen, Anzahl der Insassen. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen runter mache, auf 175. Perfekt. So, was ist hier? Schülerkapazität, Anzahl der Schüler. Das ist ja okay. Unterdenkmalschutz stellen. Okay, was passiert dann denn? Ja, komm, das stellen wir jetzt mal unter Denkmalschutz. Wo haben wir denn hier noch irgendwas? Hier war doch noch Hochzeiten pro Woche. So, hört sich doch gut an. So, was mit der Schule? Anzahl der Schüler, Schülerkapazität, Anzahl der Lehrer. Okay, jetzt zeig mir mal bitte alles mit Bildung. Okay, dann gehen wir mal kurz hier hoch. Schülerkapazität, Anzahl der Schüler. Was heißt? Hier kommt, ja genau, hier wird ein riesen Wohngebiet kommen. Das heißt, wir setzen hier eine große Grundschule. Die hier oben haben gar nichts. Die da hinten haben auch kaum was. Boah, das können wir deutlich runter setzen. Auf 100 Simoleons. Das ist okay. Was war das? Privatschule. Okay, da kann ich nichts rumschrauben. So, wie sieht's mit dem... Äh, wie sieht's mit dem Feuergefahr aus? Den kann ich jetzt ja auch einzeln. Ja, genau. Nee, das passt alles. Kriminalität. Okay. Wasser. Zustand 99%, verbrauchtes Wasser, Nutzung, Kosten pro Wasserverschmutzung zulässig. Okay, das ist auch zulässig. Das sieht wunderbar aus. Man sieht nicht mehr alle Kapazität, Kraftwerkszustand, Gesamtenergie. Okay, was haben wir hier noch? Ja, das wird auf jeden Fall mal runtergesetzt. Auf, was weiß ich, 300 oder so. Und dann können wir dem noch ein bisschen mehr geben. 55. Perfekt. Casino. Momentan in Nutzung 12. Wow. Wo fahren die LKWs raus? Hier? Also. Ähm. Das hier? Nein, das hier. Nein. Nein, will ich doch gar nicht. Mautstelle. Flup. Und hier genauso. Und hier passt keine rein. Jetzt überlegt es euch nochmal, oder? Wird ich mal gespannt. So, was machen dann die Gelder? Das sieht ja eigentlich schlecht aus. Ah, ich wollte noch gucken wegen der Gesundheit. Genau. Die ist nämlich hier. Okay, das sieht ja nicht so gut aus. Ein kleines Einzugsgebiet. Mal gucken, ob wir die Finanzierung wieder hier ein bisschen runde setzen. Anzahl der Ärzte. Mal gucken, ob wir hier noch 55, so. Okay. So, was wollt ihr denn alles? Ach Gott, das will. Ihr wollt schwaches Gewerbe? Ihr wollt eigentlich schwaches? Okay, 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 okay. Dieses Kraftwerk leidet besonders unter Geldmangel. Ihr nervt mich was, ey. Also, Attraktivität von dem hier ist überall gut. Von dem hier. Okay, nicht hier. Das heißt, wir könnten das hier oben erweitern. Ach nee, halt, mittleres, mittleres, mittleres. Moment. Attraktivität. Das hier. Okay. Und das hier auch da. Alles klar. Dann würde ich sagen, bauen wir da ein Gewerbegebiet rein. Okay. Machen wir mal hier die Trennung. Dann haben wir 3, 3, 3, 3, 7. Also 3, 4, meine ich. Also, schwaches. Schwaches und durchschnittliches. Na, ihr möchtet da ranbauen, glaube ich, ja? Oh, dann bleiben die zwei da in der Mitte übrig. Und das möchte ich gerade gar nicht. Und natürlich nochmal... ...nochmal wohnen. Wohnen kann man nie genug. Oh, müssen wir wahrscheinlich dann... Ne, müssen wir gar nicht. Ah, sehr schön. Dann mache ich mal ganz kurz hier eine Erweiterung. Okay, geht so nicht. Geht's jetzt? Ja, tatsächlich. Denn dann setzen wir hier... Äh... Ja. Ja. Hä? Er besteht doch hier. Zum Anbinden bis zum Ende einer... Ach so, bis zum Ende. Äh... Das ist kein Problem. Das kriegt man geregelt. So. Haha. Genau. Dann lassen wir das erst mal so. Sehr gut. Berichte über Störung. Testfahrt. Auf der Spur. Wir möchten die Räuber fangen. Wo LKW aufpassen. Wo LKW aufpassen. LKW aufpassen. Oh, oh. Okay, ihr geht mir alle aus dem Weg. Das ist einfach sehr schön. Yeah. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir jetzt... Dass sie selbst die Autobahn nutzen. Weil... Ihr habt ja zumindest mal... Zwei. Null. Warum Null? Drei. Siehste? Merkst du, dass es da über die Autobahn schneller geht? Also. Infrastruktur. Bist jetzt zufrieden. Mein Gott, ey. Da müssen wir ja immer etwa bei Null bleiben. Danke, Busfahrer haben wir schon gemacht. Sehr schön. Im Tagungszentrum ist auch immer was los. Halt. Das da. Sehr schön. Wow. Cool. Können wir mal so langsam vielleicht überlegen, ob man die Unibon kostet 82.000. Okay. Was ungeheure Müllmengen auf den Feldern... What? Niemand blöd fragt. Ja. Ja. Ha, 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 ha. Ihr habt sonst keine Möglichkeit. Oder fahrt jetzt alle hier unten. Wenn ihr über die Allee fahrt. Fährt da recht fast absolut niemand. Was ist das hier außer? Frachtlast, die fahren alle von hier. Na ja, gut. Halt, 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 halt. Warum geht meine Bürgermeisterbewertung so weit nach unten? Das kann doch nicht sein, dass ihr immer und immer wieder Wohnungen haben wollt. Das kann doch nicht sein. Wenn ihr das möchtet, kein Problem. Ich geb euch alles, was ihr wollt. Wo? Hm? Schön. Zack, zack, zack. Das Wasser liegt auch schon bis hier hinten. Das ist sehr spitzenmäßig. Wird die benutzt? Zocker in der Stadt. Nein. Haben wir schon. Ich schnapp den Autodieb. Zombie hier. Ne, haben wir alles schon. Haben wir alles schon. Ja, stimmt. Wir haben ja mehr Atomkraftwerk. Hm. Reines, böses Eis. Okay, was ist das denn? Die Kinder in Kartoffelhausen sind ganz versessen auf Eis. Okay, was ist die alternative Eislieferung? Nein, wir nehmen natürlich Dr. Wu. Wir nehmen immer Dr. Wu. Wir nehmen immer Dr. Wu. Was. Ich glaube, ich habe immer ewig auf diese Mission gewartet und habe sie nie bekommen. Ich bin mir aber wie gesagt nicht mehr 100% die Siege. Aber ich glaube. Ich glaube. Ich muss. Ah, Melodie an, aus. Ah, jetzt muss ich noch weiter. Um Gottes Willen. Halt, mach's wieder aus. Da ganz unten im Eck ist eine Schule. Wer hat die dahin platziert? Hallo? Habe ich die dahin platziert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir möchten hier hin. Ach, die Schule. Oh, ja. Jetzt wahrscheinlich noch zu der großen, zu der neuen hinten. Hallo? 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 War das die Mission, die verpackt war? Hallo? Jetzt ist es abgelaufen. Ich glaube, das war die Mission, wo... Ja, 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 okay, gib mir die bitte nochmal, gib mir die bitte nochmal. Oh, was fehlt uns denn noch? Nachrichtenwagen, Taxi, benötigt Flughafen. Ich glaube, beim Taxi war auch eine irgendeine gute Mission. Panzer? Jawoll. Aber alles Weitere schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.